Elgato bringt heute ein neues Licht auf den Markt und zwar einen RGB LED Stripe. Das mag auf den ersten Blick etwas verwirrend klingen, da sie mit dem Keylight, dem Keylight Air und auch dem Ringlight bis jetzt ja nur Leuchten auf dem Markt haben, die dafür gedacht sind, den Streamer oder YouTuber im Vordergrund zu beleuchten und so ein RGB LED Stripe offensichtlicherweise für den Hintergrund gedacht ist. Auf den zweiten Blick ergibt es aber sehr viel Sinn, wenn man sich überlegt, dass für eine angenehme Atmosphäre eben nicht nur die korrekte Beleuchtung des Vordergrunds, des Subjekts, des YouTubers, des Streamers relevant ist, sondern auch die des Hintergrunds. Man spricht hier von Practicals. Und diese ganze Diskussion ist auch eng verwandt mit der Frage, warum YouTube Studios in Videos eigentlich immer so verdammt geil aussehen. Heute in diesem Video möchte ich euch mit in die Kulissen nehmen, zeigen, wie ich bei mir die Beleuchtung aufgebaut habe, worauf man achten sollte und wo insbesondere die Unterschiede zwischen speziell für Studios gebaute Beleuchtung und normaler Smart Home Beleuchtung liegt. Wenn ihr dieses Video hier gesehen habt, dann könnt ihr euch keine alten Videos mehr von mir anschauen, weil ihr werdet sehen, wo ich überall die Beleuchtung verkackt habe. Gutes Intro. Los geht's. Das hier ist mein Setup, wie ihr es auch schon in den letzten Videos gesehen habt. Wenn ihr ein bisschen in die Geschichte zurückgeht, werdet ihr sehen, dass es nicht immer so beleuchtet war, sondern erst ungefähr seit einigen Monaten, weil ich dann für mich entdeckt habe, dass ich diesen Look extrem geil finde. Also mit dem deutlich aufgebauten Setup mit PC und meinem Logo auf dem Bildschirm im Hintergrund. Und dann hier auf der einen Seite so ein bisschen eine gelbe Beleuchtung und auf der anderen Seite diese bläuliche. Und genau mittendrin stehe ich und werde natürlich auch nochmal von vorne beleuchtet, damit man mich überhaupt von diesem ganzen Licht im Hintergrund erkennen kann. Wenn euch mehr zum Thema korrekte Beleuchtung, insbesondere des Vordergrunds, für YouTuber oder Streamer interessiert, dann schaut gerne mal bei dem jetzt verlinkten Video vorbei, denn dort habe ich im Detail erklärt, wie man richtig beleuchtet und bin auch auf ganz viele Anfängerfragen eingegangen und habe Probleme gezeigt, die man leider immer noch des Öfteren in YouTube-Videos und Livestreams sieht. Genug der Vorrede. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt gut an diese Szene hier gewöhnt und könnt euch vorstellen, wie das hier so aussieht. Weil was ich jetzt machen werde, ist, dass ich jede einzelne Lampe ausschalten werde, bis auf diejenigen, die mich eben beleuchten. Sprich, ich nehme der Szene ihre Practicals, den gesamten Hintergrund. Seid ihr bereit? Ja, herzlich willkommen in meinem tristen Studio. Also ich meine, sieht es nicht übel aus. Dank des Objektivs habe ich immer noch einen schönen Hintergrund und es sieht irgendwie immerhin noch ein bisschen technisch aus, weil es so, naja, manche Lampen gibt, die ich nicht vollständig wegbekomme, aber schon ziemlich langweilig, oder? Dann gehen wir mal Schritt für Schritt jetzt durch, was ihr eigentlich alles an Licht jetzt nicht mehr seht. Offensichtlich ist der Punkt zuerst, haha, ich habe ja Bildschirme. Nummer zwei, mache ich mal die Beleuchtung von meinem PC wieder an. Ja, jetzt sieht die Szene wenigstens schon so aus, als würde hier jemand arbeiten. Als nächstes machen wir zwei Scheinwerfer im Hintergrund an, die hier die Wand blau beleuchten. Ich bin nicht sonderlich zufrieden mit denen, aber es ist besser als nichts. Next up haben wir hier im Hintergrund einen Scheinwerfer, der hier orangenes Licht an die Wand wirft. Wie ich den gebaut habe, könnt ihr euch auch gerne hier bei so einem i nachschauen. Da gibt es nämlich auch ein extra Video zu. Tageslicht Lampen eigentlich dafür da, dass man hier auch im Dunkeln sitzen kann, gerade im Winter, wenn wenig Sonne hier reinscheint, dass man hier nicht komplett zugrunde geht. Aber dadurch, dass der PC sie hier ziemlich gut verdeckt, hat das halt doch so ein bisschen so einen scheinenden Effekt. Last but not least habe ich hier drüben einen Scheinwerfer. Achtet mal auf die Bildschirme. Bis jetzt einfach nur schwarz, neutral und zack. Jetzt haben die so einen blauen, angenehmen Schein, der der ganzen Szene noch so ein bisschen was Technisches verleiht. Natürlich ist der Schein gerade hier drüben, wo ja auch die Szene blau ist. Und das mache ich, indem ich die ganz normale, ja, diffuse Reflexion des Monitors ausnutze und da drüben so einen Scheinwerfer habe, der außerdem, man sieht es so ganz leicht an meinem Kopf, mir auch so ein bisschen noch ein Spitzlicht mitgibt. Muss ich das Thema Practicals noch weiter motivieren? Ich glaube nicht. Wechseln wir deswegen jetzt wieder die Perspektive und schauen uns anhand der Live-Strips an, auf was man bei Hintergrundbeleuchtung alles achten sollte und was der Unterschied ist zu herkömmlicher Smart Home-Beleuchtung. Denn der ist größer, als man auf den ersten Blick denken mag. Zuallererst mal vielen Dank an Elgato, dass ich die Möglichkeit hatte, hier den Live-Stripe schon vor Release auszuprobieren. Natürlich ist dieses gesamte Unboxing hier fake. Richtiger MKBHD-Move. Is this what you wanted? Werden wir erstmal all die Dinge los, über die ich jetzt nicht sprechen möchte. Natürlich ist das hier eine Lampe von Elgato. Das heißt, sie passt ins Ökosystem hinein und ist fernstörbar. Per Smartphone, per PC-Anwendung oder auch per Stream Deck, wie alle anderen Elgato-Lampen auch. All diese Eigenschaften könnt ihr auch auf der Produktseite nachlesen, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und das pure Aufzählen dieser Eigenschaften macht eine Produktvorstellung noch lang nicht zu einem guten Review. Stattdessen möchte ich mich mit euch über zwei besondere Eigenschaften unterhalten, die diesen LED-Stripe vor allem für Videoproduktion interessant machen und die insbesondere auch von normalen Smart Home-Leuchtmitteln abheben. Zuallererst guck mal hier auf der Verpackung RGB-WW-LEDs. Was bedeutet denn das jetzt schon wieder? RGB-LEDs sind einfach erklärt. Du hast drei mögliche Farben, Rot, Grün und Blau, daher auch RGB. Und indem du diese in verschiedener Intensität mischt, kannst du eine große Menge an Farben darstellen. Nach diesem Prinzip funktionieren auch die meisten Leuchtmittel, die ich hier rumliegen habe. Wenn man einen Schritt hochwertiger arbeiten möchte, geht man von RGB zu RGB-W. Also neben den Farben Rot, Grün, Blau ist hier nochmal eine zusätzliche Lichtquelle für weißes Licht. Meistens in der Wärme des Tageslichts zur Verfügung. Das ist ja möglich, dass man auch Weißtöne vernünftig darstellen kann. Weil Rot, Grün, Blau ist vielleicht cool für farbiges Licht, aber glaub bloß nicht, dass echtes weißes Licht dadurch erzeugt werden kann, indem man von Rot, Grün und Blau einfach alles auf 100% dreht. Ich habe euch hier einen kleinen Clip von meiner Disco-Lampe, die nämlich explizit kein weißes Licht abgeben kann. Ist das eurer Meinung nach weiß? Nein, das ist kein weiß. Das ist irgendwie bläulich, was weiß ich was, so vielleicht entferntesten weiß, aber definitiv kein weiß. Und das ist der Unterschied zwischen RGB und RGB-W. Wer jetzt gut aufgepasst hat, der wird sich die Frage stellen, wie schaffen es dann eigentlich die ganz normalen Elgato-Lampen, dass man eine Wärme einstellen kann, also von bläulichem kalten weißen Licht zu warmen orangen weißen Licht? Und die Antwort ist einfach, ein zweiter Weiß-Chip. Ähnliches Prinzip wie bei dem Mischen von RGB. Ein kaltweißer Weiß-Chip und ein warmweißer Weiß-Chip. Richtig dosiert kann man dort dann verschiedene Wärme gerade einstellen. Das geht auch mit RGB-W-LEDs, also mit nur einem Weiß-Chip, aber dort wird dann zusätzlich zum neutralen, tageslichtähnlichen Weiß noch ein bisschen RGB, naja, dazu gemischt. Und das ist auch der wesentliche Unterschied zu einem, also sagen wir mal, richtig billigen RGB-Chip, die gucken wir uns sowieso nicht an, aber auch zu einem normalen Smart-Home-LED-Streifen, weil dort ist meistens nur RGB-W verbaut. Ziemlich cool, meiner Meinung nach. Das gibt einem auf jeden Fall Vielseitigkeit, egal ob man jetzt eine neutral beleuchtete Szene haben möchte oder eben so ein fancy Gamer-Studio. Die zweite Eigenschaft, auf die ich eingehen möchte, ist meiner Meinung nach aber sehr viel wichtiger. Und das ist die Frequenz. Ganz kurzer Exkurs. Habt ihr euch jemals gefragt, warum es Kameras oder auch Videos gibt, die mit 50 oder mit 60 Bilder pro Sekunde aufgenommen wurden? Also warum es diese Unterscheidung gibt? Das hat mit dem Stromnetz zu tun. Denn hier in Europa haben wir Wechselstrom aus der Steckdose mit 50 Hertz, also 50 Schwingungen, und in den USA sind es 60. Und das ist ganz wichtig, wenn man Dinge filmt, weil Lampen, naja, die werden meistens mit der Steckdose betrieben. Da sind ja hier so kleine Controller drin, Driver nennt man die auch, die dafür sorgen, dass das Ganze hier dann in Gleichstrom konvertiert werden, um den LED-Stripe zu verbinden. Und jetzt die große Preisfrage. Was passiert, wenn sich eine der beiden Parteien, also die Lichtquelle oder die Kamera, nicht an dieser 50 halten? Oder was passiert, wenn das Ganze nicht perfekt synchron ist? Ganz genau, es flimmert. Für unser Auge ist das, naja, wir nehmen es zumindest nicht so wahnsinnig bewusst wahr, weil wir nicht explizit drauf achten. Außer wir verbauen wirklich die billigsten Treiber. Erinnert ihr euch an diese Flicker-Free-Geschichte bei Fingen Kliemann? Flicker-Free! Aber eine Kamera ist nun mal kein Auge und zeigt diese Effekte deswegen sehr viel deutlicher. Es gibt zwei Dinge, mit denen man diesen Effekt noch viel schlimmer machen kann. Das erste sind High-Speed-Aufnahmen, also mit mehr FPS, zum Beispiel 120 pro Sekunde, wie ich es hier gemacht habe, aufzunehmen. Weil dann ist klar, wenn du noch kürzer quasi Zeit hast, um Licht einzufangen, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du eben gerade eine Welle erwischst, wo gerade kein Licht sichtbar ist. Und das zweite sind farbige LEDs mittels pulsweiten Modulationen. Ich habe diese Tests hier gerade eben gesehen, habe natürlich auch mit dem Lightstripe durchgeführt und siehe da kein Flimmern. Das Ganze liegt an diesem kleinen Gerätchen hier, denn wenn man dort drin die Frequenz schlichtweg hochschraubt, dann ist auch das Risiko, von dem ich die ganze Zeit rede, quasi verhindert. Und man kann auch mit hohen Aufnahmen, also ich habe auch immer mit 500 Bildern pro Sekunde aufgenommen, ohne dass es zu flimmern kommt. Das ist der wesentliche Unterschied von Beleuchtung, die für Videoproduktion gedacht ist, von Beleuchtung, die, naja, für Smart Home, für ein schönes, angenehmes Zuhause gedacht ist. Denn während die eine einfach nicht darauf ausgelegt ist und deswegen kein Geld dafür ausgegeben wurde, solche Dinge zu optimieren, ist es die andere eben schon. Wo wir gerade von Geld reden, weil ich dieses Video hier im Voraus aufnehme, habe ich natürlich keine Ahnung, was dann der finale Preis von so einem 2 Meter langen LED-Streifen sein wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass der nicht super niedrig sein wird, wenn man bedenkt, wie teuer so ganz normale, dem unterlegene LED-Streifen von den üblichen Smart Home-Herstellern sind. Die Frage muss man für sich wie immer selbst beantworten, ob man diese zusätzlichen Eigenschaften braucht. Ich für meinen Teil bin sehr dankbar und habe eigentlich sogar noch eine ganz andere Frage. Elgato, habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Vielleicht neben diesen Lichtstreifen auch so ganz klassische E27-Leuchtmittel-Klühbirnen, wenn man so möchte, mit LED und all diesen Eigenschaften, insbesondere mit dem RGBW und der hohen Frequenz rauszubringen. Wenn man sich schon meine älteren Videos anguckt, dann sieht man so das ein oder andere Geflimmer. Genau aus dem Grund, weil ich hier super viel normales Smart Home-Leuchtmittel im Studio verbaut habe. Und sind wir ehrlich, ich würde sie super gern loswerden. Bleiben wir auf der Endcard auch einfach beim Thema Licht. Hier oben habe ich euch das bereits angesprochene Video verlinkt, wo ich erkläre, wie man korrekt beleuchtet und was typische Anfängerfehler sind. Und wollen wir gerade vor Anfänger reden. Ich habe vor vier Jahren mal eine Keynote zum Thema Minecraft gehalten und ich habe gerade gesehen, dass die 100.000 Aufruf geknackt hat. Hier unten ist sie verlinkt. Schaut das gerne mal vorbei.